Studioreihe, die ja die ganzen berühmten Runner Games gemacht haben und wir zocken das heute und sammeln Gewichte auf. So, dann haben wir hier jetzt den Roid Rage, da müssen wir eine Combo fahren, indem wir die ganzen Ringer hier... Ui, da hab ich ein paar verpasst, ey. 27er Combo ist in Ordnung, Leute, wir kriegen unser Gewicht wieder, hat direkt gelegt, weil das Gewicht zu heftig war. Okay, was ist das jetzt hier? Wir müssen die Biggest Multiplier einsammeln, das kriegen wir hin. Oh, wir sind schneller, das kriegen wir gar nicht hin. Das kriegen wir mal drei, den nehmen wir safe mit. War der gut? War der gut? Habe ich viel Geld verdient? Oh, jetzt muss ich hier treffen oder was? Ach nee, das ist für Bonus, interessiert uns nicht. Wir haben 486 Diamanten verdient und können uns perfekt nichts leisten. Super, wir machen weiter, Leute. Es gibt auch verschiedene Skins, die wir freischalten können. Jetzt, okay, es gibt ein neues Element, wir müssen die Wände durchschlagen, haben wir hinbekommen. Wir sammeln hier die Münzen ein, wir brauchen vier. Boom, obligatorisch, das Spiel ist so neu, das hat nicht mal Sound, kann das sein, oder bin ich grad doof? Okay, jetzt hier. Zwei, 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 drei, drei. Weit gekommen aber, okay. Oh, wir schalten gleich einen neuen Skin frei, okay. 108 nur, das ist ja übel, Bruch. Okay, wir haben jetzt, okay, wir haben eine größere Hantelstange oder mehr Stärke. Und wir haben hier irgendwie, das sieht aus wie Hexler, das sieht sehr gefährlich aus. Leute, lasst nur positive Bewertungen da, wenn euch das Video gefällt. Wir kaufen uns Stärke. Und vergesst doch nicht, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal. Level Nummer drei, Leute, wir speeden anders durch. Was ist denn das jetzt? Ich gehe durch. Ah, das sind Magnete, die meine Hantelscheiben, ey. Gemein, wir gehen hier lang, brauchen drei, haben wir. Wir sammeln Diamanten ein. Nice, 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 nice. Ziellinie? Ach, jetzt kommt der Multiplayer. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 4, 6, Alter, boom. Und jetzt gibt es die, oha. Los, Ben, du musst zittern, zittern, zittern. Okay, wuh, Beast Mode, Alter. Jetzt habe ich, oh, Junge, die Arme. Arme einfach größer als alle. Zack, 2600 haben wir da gerade in der Level verdient. Wir haben übel rasiert. Das heißt, wir kaufen uns eine breitere Hantelstange. Und können zusätzlich nochmal beides upgraden. Wie sieht es mit Skins aus? Okay, wir haben Hantelskins. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Spieler-Skins haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Wir machen weiter. Zack, zack, zack. Boom, 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 boom. Okay, jetzt sind diese Treppen dazu gekommen. Aber es ist für uns ja... Ich muss da... Oh, weil ich da rechts mehr Hantelscheiben hatte, musste ich, äh, Dings, ich musste, äh, Gleichgewicht behalten. Ja, Schmeckerino, uh, boom. Okay, wir gehen auf 2, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 4, 4, 6. Gar kein Problem, Leute. So, was ist das Beste? Einfach so Ultra-Zitterino. Nee, da passt man auch. Man darf nicht zu schnell zittern. Boah, jetzt habe ich ganz, ganz krank viel verdient. Locker 2K oder so. Boah, ist eigentlich die Farbe Wut. Also, hier ist schon sehr, sehr gewollt, ne? Wir wollen keine Werbung sehen. Also, spielen wir auch ohne Werbung durch. Okay, wir haben 3000. Das heißt, wir können beides nochmal upgraden auf Level 4. Es geht weiter. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, wie man jetzt diese anderen Skins verdienen kann. Boah, reiche ich da? Ja. Guck mal, ich bin rechts wieder schwerer. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh, jetzt das wieder. Die müssen wir umbelzen. Zack, zack. Kombo, Kombo, Kombo. Kombo, Kombo. Kombo, Kombo, Kombo. Kombo, das wird ein Perfect Run. Ja, Moin, Perfect. Habe jeden Einzelnen bekommen. 22er Kombo. Das hat mir... Ach nein, ich habe die Handelschirm nicht verpasst. Hat mir fast nichts gebracht. Vielleicht macht es auch mehr Sinn. Du kannst ja hier auch zittern, ne? Ist natürlich klar. Das heißt, du kannst hier auch... Das haben wir nicht geschafft, Leute, dieses Mal. Oh, aber Skin Unlocked. Wir haben Donuts. Okay, chillig. Ach, verdient ja... Wenn du nicht ganz durchkommst in den Gewichtheberhimmel, da verdienst du ja gefühlt fast gar nichts. Das ist ja übelst miese Brise. Wir nehmen vier natürlich, aber jetzt... Oh nein, das ist Gleichgewicht. Wir haben aber links und rechts gleich viel. Also es ist gar kein Problem für uns. Oh nein, das wusste ich nicht. Ich bin da hängen geblieben, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich bin mit meiner Handtülle rechts an der Mauer hängen geblieben und deswegen habe ich da voll viele Handtüllescheiben verloren. Ach, gebrochen, ey. Wir nehmen drei. Zack, zack. Oh, jetzt wieder ein Kombo. Kriegen wir hin. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ha! Bisher der perfekte Run. Nein, oh, gut, nochmal im letzten Moment. Drei, da, drei, da, drei. Ja, zack. Das wird safe jetzt, was? Das wird safe. Zack, 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 zack. Ey, warum nicht? Haben wir einen perfekten Run gehabt, oder nicht? 2900. Geht doch. Zack, mehr Stärke, Apfel. Uh, uh, ey, was ist denn das? Ah. Wir haben jetzt ein Magnet. Das heißt, wir sammeln alle automatisch ein. Das ist ja sehr praktisch. Ui, yo, ey. Was war das für ein Spielbag da gerade? Okay, Magnet ist weg. Aber wir haben, okay, das heißt, es gibt ab und zu neue Sachen. Wir nehmen die Fuhlen mit, ganz links. Perfekt, jetzt hier, zack, zack, jetzt hier rüber, zack, zack. Wir nehmen die Acht. Ganz links. Das ist egal, ist zu flach. Jetzt hier drauf. Okay. Ui. Bigger. Beast Mode. Jetzt geht's safe, Leute. Jetzt cashen wir ab. Das wird der heftigste Casual Roni, den wir jetzt hier hatten. Ja, ja, und jetzt nicht, fast auch nicht zu schnell. Schnell, aber nicht zu schnell. Da nimmt man die meisten mit. Oh, das war der beste Run bisher, glaube ich. Ey, wenn man das Spiel komplett durchgespielt hat, würde mich interessieren, wie lang die sind. Das wird ja immer länger. Also du kannst es ja kaufen. 3000. Oh, Autoreifen. Chillig, ne? Das wird sich, was ich mich frage, Leute. Vielleicht wisst ihr das. Wenn ich schwächere Schilder hitte, verliere ich dann auch wenig... Das ist meine nächste Runde testen. Ich glaube zwar nicht, dass es so ist, aber vielleicht. Wenn ich schwächere... Wir haben 2, 5 vorgeht. Schwächere Schilder da am Ende hitte, ob ich nicht auch weniger HP verliere. Das wäre eine wichtige Erkenntnis, falls das so ist. Bum, 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 bum. Ja, perfect run. 23er-Kombo. Wir gehen natürlich auf die Seite. Sind da auch gerade fast umgekippt. Ich glaube, so ist... Oh, so viel verloren. Mann, ich bin so gebrochen. Wir machen jetzt mal die Taktik, Leute. Wir nehmen nur die Einser-Schilder. Ey, ich glaube, das geht das. Ey, weil wir hatten gerade sehr wenig eigentlich und sind trotzdem ziemlich weit gekommen. Oh, Leute, Bigger. Und jetzt der Full. Ich hatte noch nie einen Fullen. Nee. Oh! Ja, war aber ein guter Run. Ey, Save-Rekord, oder? Ich glaube, 1500 irgendwas war mal ein Rekord, oder? Nee, Katsch, er hat mir schon viel mehr verdient. Das weg. 3,87. War das bisher mein Rekord für ein Level? 3,87? Oh, das schmeckt schon sehr. Ähm, die Breite, Stärke... Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, was die Dinger bringen. Also, weil, okay, das wird immer breiter, aber wird das auch wirklich breiter? Ich kaufe jetzt nur noch das. Ich sage es euch, wie es ist. Beast-Mode. Das wird Rekord, Leute. Save wird jetzt nicht versauen, Ben. Jetzt schön. Bist sehr breit. Hast du ja auch dazu gekauft. Oh, das war nochmal eine nice Combo am Ende. Gönnt. Mehr als 3,850. Und... Ah! Ich will mal 4000 hitten. Oh, wir können nochmal breiter. Let's go. Ey, wir haben eine neue Handtel freigeschaltet. Wow! Use it. Save. Was ist das denn? Wir sehen die Hand. Oh, das ist cool. Das ist cool. Wie sagen wir nur? 400? Okay. Okay, das sieht sehr, sehr cool aus. Ich glaube, inzwischen aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass diese, dass diese, meine Handtel wirklich, wird die breiter? Doch, die ist schon sehr breit, ne? Boah, ich müsste das jetzt mal mit dem Anfang vergleichen. Ich habe das jetzt gar nicht mehr... Uh, perfekt. 22er. Boah, die ist schon sehr breit. Alter, schaut euch die mal an. Die geht ja gefühlt über... Oh, die muss ich mitnehmen. Und jetzt ganz rechts. Jawohl. Und zack, zack. Und ganz rechts. Boom. Awesome! Ah, nicht voll, nicht voll. Wir nehmen zwei Einser am Anfang mit. Vielleicht reicht das ja dann. Nein! Verkalkulamentet, ey. Ah! Das wird ja nix, Leute. Das wird ja nix. Oh! Der hat nur so wenig gefehlt, ne? Boah, das wäre... Ey, wir haben Tau... Ey, das wäre tatsächlich ein... Das wäre ein Rekordlevel gewesen, ne? Wenn wir das geschafft hätten durch. Ich würde liebsten das Level normal spielen. Mann, diese Lags immer, ey. Wir hatten das programmiert. Welcher Stümper, ey. Mann, wie soll ich denn hier anständig die Rekorde... Tausend, obwohl wir es nicht mehr durchgeschafft haben. Das wäre ein Safe-Rekord gewesen. Schade. Wir nehmen acht da. Jetzt links. Und da sind wir schon im Ziel. Und da kommen noch ein paar Handelscheiben. Vielleicht geht sich das aus... Ganz rechts und... Oh, der Rekord, 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 Leute. Der Rest wird Rekord. Zwei, 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 drei, 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 vier, sechs. Und jetzt nicht verchoken, Ben. Mach keine Scheiße. Nein, ich habe da kurz... Nein, das war nicht gut. Ah, war okay. Könnte man besser machen. Komm, gönn, 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 gönn. Komm. Und... Ist aber ein neuer Rekord. 2940, er mehnt das. Wir können nur Stärke upgraden. Ich weiß nicht genau, was Stärke bringt, hätte ich gesagt. Aber wir upgraden das. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott. Sag jetzt bitte nicht die Handelscheiben. Sind so Steaks. Oh mein Gott. Die sind ja auf halb acht hier platziert, ey. Ganz rechts. Nehmeh, nehmeh. Jetzt hier. Oh, das ist ein ganz komisches Level. Jetzt kommen wir direkt hier in diesen Multiplier. Vielleicht Rekordlevel, Level 21. Müssen gucken. Maximal Multiplier natürlich mitkriegen. Ja, schmeckt. Oh, ja, 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 ja. Komm, gönn, 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 gönn. Gönn, gönn, gönn. Gönn, gönn, gönn. Gönn jetzt los. Und jetzt ist jeder einzelne Smaragd wichtig. So gut war ich noch nie, Alter. Mit den Smaragd am Ende. Bitte gönn, 3000. Bitte, 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 bitte. Oh, das war viel. Boom. Was für ein heftiger Rekord, Alter. 4700. Ho. Geil. Boom. Schaffen wir dieses Level, bekommen wir einen neuen Skin. Tatsächlich sind wir echt auf dem Weg dabei, das Spiel komplett durchzuspielen. Ich glaube, mir fehlen nur noch drei Skins. Wenn ich jetzt einen habe, müssten wir noch zwei fehlen. Ich kriege irgendwie auch so Brokkoli-Wipes. Ich denke, ein Brokkoli-Ding. Weil das so typisch Fitness ist. Es wird safe, ein Brokkoli. Ich sage, das nächste wird ein Brokkoli. Was sagt ihr, wird das nächste? Ich könnte mir ja nicht antworten. Ich rede ja gerade mit der Kamera. Okay, leider nicht fool. Aber könnte trotzdem reichen, wenn ich Glück habe. Und wir haben ja bekanntlich... Nicht Glück in solchen Spielen. Mann. Ja, reinfallen. Nee, das brauchen wir uns gar nicht angucken. Einfach neue Skin, unlockt. Wir haben Gold. Okay. Okay, Versuch. Ist Level 26 der Rekord mit Gold? Es wäre schmacko, aber... Perfekt die Mitte? Okay, es war nicht perfekt die Mitte. Habe ich erst probiert. Ja, aber das war ein übel heftiges Jahr, was wir da gerockt haben. Ich denke nicht, dass wir es noch mal schaffen werden. Das sieht mir sehr nach Rekord aus. Wir starten direkt mit einem Magneten. Hinten hier anders. Sind jetzt schon Beast-Mode. Kann ich trotzdem mehr einsammeln? Aha. Beast-Mode, da geht glaube ich nicht. Ah! Ich verstehe, was die Handelbreite macht. Man sieht es zwar, glaube ich, nicht unbedingt, dass die breit ist. Aber du kannst mehr handeln. Das heißt, wenn du Beast-Mode bist, kannst du trotzdem noch mehr einsammeln. Glaube ich zumindest. Okay, wir müssen jetzt nach links. Ich habe keinen Magneten mehr. Jetzt nach rechts. Nur vier. Oh, wenn das jetzt noch mal gut hittet. Ich bin ja schon fast baff. Und habe auch viele. Hat auch den Kombo da. Das ist auch heftig. Oh, das ist heftig. Wenn mich das jetzt voll macht. Nein, Bruder. Wir machen ein paar Einser. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß es doch nicht. No way, man. Level 30, Leute. Unser letztes Level hier. Das grande Finale. Können wir den Rekord noch mal knacken? Oh, das ist wichtig. Ich glaube, so einen Roid Rage brauchen wir immer. Weil das damit so viele Münzen. Nur dann kann der Kombo auch richtig hitten, wisst ihr? Ich denke, ohne dass die müssen... Oh, nicht kippen. Okay, jetzt müssen wir rechts sein. Oh, das könnte... Das könnte ein richtig heftiger Rekord werden. Nein, das hat mir so viel gekostet. Vielleicht gönnt das jetzt noch mal? Nein. Aber ihr werdet es sehen. Das ist... Ah, Mann. Ah, da hätten wir durchkommen müssen. Kacke, Mann. Das hätte... Oh, wir haben einen neuen Handel sogar auch. Ja, 900. Das ist gut. Jo, Sandwich. Alter. Wie sieht das jetzt aus? Gebrochen. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ihr abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Bis morgen, euer Ben Son. Ciao.